Ach, und trotzdem, Schütze. Selbst wenn ich geneigt bin, jeden Wunsch zu erfüllen, muss ich mir doch zunächst mal im Kino der jungen Frau einen Film ansehen, bevor ich ja oder nein sagen kann. Also gut, Fräulein, Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatverführung schließen. Jeune demoiselle, vous allez fermer votre cinéma ce soir et organisé une projection privée pour moi. Welche deutschen Filme haben Sie denn da? Quel Film allemand avez-vous? Ah, Landa! Da sind Sie ja! Emmanuel, voici le Colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la Première. Au revoir, Shoshana! Und jetzt muss ich den Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventrägerin, ne? Französische Sklaventrägerin! Wie auch immer, ich fürchte als Sicherheitschef dieses fräuligen deutschen Ereignisses muss ich ein paar Worte mit Mademoiselle Minil wechseln. Was für Worte? Das hat ja verdächtig geklungen wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt. Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Nichts läge mehr ferner, Herr Standartenführer. Ihre Autorität steht außer Frage. Aber Ihnen eilt ein Ruf voraus. Müssen Mademoiselle Minil oder ich uns Sorgen machen? Hans! Der Jungelein ist nicht böse. Er hat sich verkraft in die Knäder, nur. Und er hat recht. Ihr Ruf eilt ihn voraus. Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Abwebten den Struth, Sie? Nein, nein. Ich ne pas si mauvais. Also, wie ist es nun schon, dass der Jungelein und Sie eine kleine Frau von Ihnen, ein paar Frau von Schtrouden? Ja, zwei Struthen. Einen für mich, und mir eine Frau von der Frau von Schtrouden. Einen für meine Frau, ein Schtrouden. Einen für meine Frau, ein Schtrouden. Und für meine Frau, ein Schtrouden. Ein verre von Schtrouden. Ein Schtrouden.